Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Gerald Fingerlos. Darf ich recht herzlich begrüßen. Meine Berufsbezeichnung ist Lebens- und Sozialberater in der psychischen Beratung und in der Ernährungsberatung. Zusätzlich bin ich Humanenergetiker. Ich habe eine Praxis in Oberndorf bei Salzburg und meine Schwerpunktthemen sind die Psychosomatik, also alles was wirklich so Körper, Geist, Seele betrifft. Dazu gehört unter anderem auch die Systemik, also ich mache immer wieder Familienaufstellungen in einzelnen Gruppensettings und ich habe auch viele junge Klienten, wo es um so Themen geht wie Ängste, Zwänge, Essstörungen oder im Erwachsenenalter Depressionen, Burnout, also zumindest depressive Verstimmungen und das hat einfach durch die Maßnahmen der letzten Jahre entsprechend zugenommen. Und ja, ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich meine Klienten so unterstützen kann, dass sie auch zu Hause noch was tun können. Also nicht nur, wenn sie bei mir sind, sondern was kann ich weiter machen, damit ich da wirklich gute Unterstützung habe und bin auf ein Konzept gestoßen, mit dem ich jetzt schon längere Zeit wirklich erfolgreich arbeite, das mir echt Spaß macht und das möchte ich euch einfach ganz kurz einmal entsprechend vorstellen. Ich starte dazu kurz einmal die Präsentation und dann wollen wir uns das Ganze gleich mal entsprechend anschauen. Heißen tut das Ganze gesunde Zelle, gesunde Körper, so Bildschirmfreigabe, da haben wir es. Gesunde Zelle, gesunder Körper und ich erzähle euch auch ein bisschen was, worum es da geht und wie man da am besten dann auch entsprechend vorgehen kann. Zuerst einmal so eine Übersicht über so einige Probleme, die wir heute eigentlich recht häufig vorfinden, wie zum Beispiel das Thema Schmerzen. Also wenn jemand Kopfweh hat und man fragt einfach in die Runde mal rein, wer hat Kopfweh-Tabletten, wird man feststellen, viele Menschen haben das mit sich und denken, das ist alles total normal. Aber das ist nicht normal. Ja, wir wissen es auch, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskel, Sehnen, Bänder, alle möglichen Bereiche, die einfach wirklich Schmerzen verursachen. Das heißt eben auch so schön, das Feuer im Körper, weil Schmerz ist ja Hitzesymptom und dementsprechend wird das halt einfach nur als Volksleiden angesehen. Aber ich habe gesagt, normal ist das gar nicht. Oder ein anderes Thema. Ich komme ja aus der Bioresonanz, arbeite seit 15, 16 Jahren damit und das zentrale Thema dort ist einmal Darm und damit viele Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Also Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle, daraus resultieren Allergien, Hautprobleme bis hin zu asthmatischen Erkrankungen. Alles das kann durch den Darm verursacht werden. Ein ganz großes Thema unserer Zeit ist alles, was mit Erschöpfung im Zusammenhang steht. Also Müdigkeit, ich schlafe nicht mehr ausreichend, ich bin permanent überfordert. Wenn es dann ein bisschen krasser ist, dann führt das Ganze zum Hörsturz. Sollte man dann wirklich ernst nehmen und schauen, dass man rechtzeitig etwas tut, weil das kann sich natürlich entsprechend ausbreiten. Oder Themen wie das Gehirn betreffen, Konzentration, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen. Da geht es nicht darum, wenn ich einmal etwas vergiss, aber wenn das Ganze eben entsprechend zunimmt, dann ist das natürlich ein Hinweis, da passt etwas nicht. Und es gibt so Vorausberechnungen, die sagen, dass im Jahr 2035 bereits jeder Zweite an Demenz oder Alzheimer erkranken wird. Das ist nicht normal. Und da kann man was machen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Oder wenn man jetzt den Schulbereich anschaut, die Kinder anschaut. Wie oft gibt es heute eine ganz schnelle Diagnose ADHS oder ADS aus Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Dazu gehören Sachen wie Unruhe, Leserechtschreibstöchen, Lärmblockaden, Ängste, fehlende Impulskontrolle etc. Also es sind Dinge, die ja wirklich immer häufiger auftauchen. Und ja, da gibt es Abhilfe. Man gibt ein Medikament und die Sache passt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oder ganz ein wesentliches Thema. Wenn es um das Thema Schwangerschaft geht. Also einerseits die überhaupt, dass es möglich ist, dass entsprechend Empfängnis stattfindet. Also unabhängig von den Ergebnissen der Impfung in der letzten Jahre ist es so, dass das Thema ungewollte Kinderlosigkeit etwas ist, was tatsächlich zunimmt. Und ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber das Erste ist einmal die Empfängnis selbst und anschließend das wirklich bis zum Ende austragen zu können. Und da gibt es heute immer mehr Schwierigkeiten. Und die eigentliche Frage ist, gibt es da irgendwas, was vielleicht gemeinsam ist? Oder was läuft da eigentlich alles falsch? Es ist nicht so, dass alle Themen, die ich hier angesprochen habe, zwangsläufig die gleiche Ursache haben. Aber es gibt sehr wohl etwas, was ganz zentral ist. Und das sind sogenannte chronische Entzündungen, auch Silent Inflammations genannt. Das heißt, so unterschwellig ablaufen Entzündlichkeiten. Die merke ich vielleicht gar nicht direkt. Wenn ich eine direkte Entzündung habe, ja, mir tut das Knie weh, das ist geschwollen, dann ist das unmittelbar sichtbar. Aber wenn es um so verborgene Entzündungen geht, dann ist es so, dass die im Körper einen Haufen an Substanzen verbrauchen, weil der Körper muss ja alles das in Schach halten. Das heißt, es braucht natürlich dann Eiweiße, Mineralien, Vitamine, Fette, also die sogenannten Betriebsmittel, die der Körper braucht. Und diese Betriebsstoffe, die fördern anschließend für die anderen Zellen. Und das wird ein echtes Thema. Und hier ist einmal aufgelistet so die drei großen Themen, die wir heute in unserer Zeit haben. Und alle drei haben auch mit dem Thema der Psyche zu tun. Und wie gesagt, das war ja mein Einstiegsszenario oder meine Überlegung, warum ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Weil schaut zwar sehr interessantes, was hat jetzt der Darm damit zu tun? Aber wir werden das jetzt gleich ein bisschen genauer erörtern. Diese drei Bereiche möchte ich auf alle zumindest einmal kurz eingehen, dass ihr ein bisschen eine Idee kriegt, was so jeweils dahinter ist. Und das erste, was wir uns anschauen, ist das Thema Omega-3. Omega-3 ist ja eine Familie an Fettsäuren. Es gibt aber nicht nur Omega-3, es gibt auch nur Omega-6, es gibt Omega-9. Das sind Fettsäurenfamilien, die alle im Körper essentiell sind. Also essentiell bedeutet, wir müssen sie zuführen, die kann der Körper nicht selber produzieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Fette zu uns führen. Und wir werden uns das aber gleich anschauen, was das da bedeutet. Und Omega-3 hat eh in den letzten, naja, Monaten oder fast Jahren in der Werbung immer mehr zugenommen. Da hat man zumindest schon so eine Grundidee, was da dahinter ist. Vielleicht ganz kurz zuerst einmal zur Thematik der Zelle. Denn ich habe vorher gesagt, gesunde Zelle, gesunder Körper. So eine Zelle ist ja eigentlich ein absolutes Wunderwerk. Was da alles enthalten ist, neben der DNA und Mitochondrien aus den Kraftwerken der Zellen, gibt es nur einen ganzen Haufen anderer Sachen, die da enthalten sind. Aber das eigentlich Spannende ist tatsächlich die Zellmembran. Denn die ist eine Lipidschicht, die besteht also aus verschiedenen Arten von Fetten und Cholesterinen, die die Struktur der Zelle gibt. Und das Wesentliche ist aber, die muss einerseits stabil sein und andererseits aber auch durchlässig sein. Und für dieses durchlässig braucht es Omega-3-Fette innerhalb der Zellmembran, damit eine gute Ver- und Entsorgung der Zelle gewährleistet werden kann. Ist es nicht der Fall, dann wird es schwierig. Also wir sehen also nochmal hier so ganz grob diesen Aufbau. Es geht nicht um die Details, aber es geht darum, wenn diese Zellmembran optimal aufgebaut ist, dann ist es so, dass die Nährstoffe, die wir aufnehmen, gut rein können und die Opferstoffe gut entsorgt werden können. In unserer Zeit ist es häufig so, dass wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Die Frage ist nur, kommen die überhaupt an? Und ich habe vor kurzem so die Aussage gehört, naja, wenn es im Blut ist, kommen sie an. Aber das stimmt nicht. Denn der Blutstrom ist ja nicht direkt mit den Zellen verbunden, sondern dazwischen gibt es dieses Bindegewebe, das Pischinger Grundsystem. Das heißt, diese Stoffe werden also ins Bindegewebe gegeben oder in diesen interzellulären Raum oder extrazellulären Raum, also der Raum, bevor es in die Zelle geht. Und dann muss es reintransportiert werden können. Und dazu braucht es ein paar Voraussetzungen. Wenn die nicht erfüllt sind, weil die Zellmembran zum Beispiel dicht ist, dann lagert die zwei jetzt diese Substanzen dort ab. Aber irgendwann muss der Körper die wieder ab und weg transportieren. Und gesagt hat, okay, brauchen wir jetzt nicht weiter. Und das ist genau die Idee, um die es da geht, wenn wir uns dieses Thema der Zellmembran anschauen oder dieses Thema Omega 3 anschauen. Denn damit der Zellmembran gut aufgebaut werden kann, braucht es verschiedene Fettsäuren. Und Omega 3 ist natürlich das, mit dem wir uns deshalb beschäftigen, weil wir gleich sehen werden, dass wir da sehr häufig im Mangel sind. Es braucht aber in Wirklichkeit alles andere auch. Also es gibt keine guten und schlechten Fette, sondern der Körper braucht alles das, was wir so normalerweise zu uns führen. Naja, okay, es gibt vielleicht Ausnahme, wenn wir jetzt heute Fett sehr hoch erhitzen und dann entstehen Substanzen, die vielleicht nicht mehr ganz gut sind für uns. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir wirklich alles brauchen. Und deswegen gibt es ja eine Omega 6-3-Balance. Und das Ziel, wo wir hinwollen, ist zumindest einmal ein Wert von 3 zu 1. oder auch entsprechend besser. Das heißt, drei Teile Omega 6, ein Teil Omega 1. Das wäre so das Ziel, das Minimalziel, das wir gerne erreichen wollten. Das Interessante ist, Omega 6 waren uns heute sehr leicht, die in unserer Ernährung zu uns zu nehmen. Ja, weil die haben wir zum Beispiel in Getreide, die haben wir in verschiedenen Ölen entsprechend drinnen. Das heißt, egal was wir essen, auch bei Fleisch, wir haben immer eine gute Versorgung mit Omega 6. Wir haben aber in der Regel eine eher schlechte Versorgung mit Omega 3. Omega 3 liegt primär im Fisch vor, aber auch in bestimmten Pflanzen, Pflanzenfetten, pflanzlichen Ölen. Aber da sind wir schon weit, weit schlechter versorgt. Und was man jetzt wissen muss, wenn es da eben ein Ungleichgewicht gibt, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Dazu gehören dann noch das Thema der sogenannten Polyphenole, Polyphenole, das sind entzündungshemmende Substanzen und ebenfalls Erfolgskrankheit der heutigen Zeit, Vitamin D-Mangel-Symptome. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr auf das Thema Omega 6, Omega 3 fokussieren. Und dazu muss man wissen, Omega 6-Fettsäuren helfen, Entzündungen zu starten. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ganz schlecht, aber das stimmt nicht, weil Entzündungen sind durchaus wichtig. Stellt euch vor, ihr habt irgendwo eine Verletzung, Keime dringen ein, dann wird der Körper schauen, dass eine Entzündung startet, um das alles wieder rauszuschmeißen und super auszuheilen. Also wir brauchen Entzündungen. Und Omega 3-Fettsäuren sind jetzt jene, die das Ganze dann wieder stoppen. Das ist der Gegenspieler sozusagen. Also beide Seiten sind entsprechend notwendig, damit da eine Balance drinnen ist, ein Ausgleich drinnen ist. Und unsere Schwierigkeit heute ist die, die sollten vielleicht bei 3 zu 1 oder besser sein, die meisten liegen bei 15 zu 1, 20 zu 1, 25 zu 1 oder noch schlechter. Das sage ich dazu später, aber Testergebnisse. Jetzt ist es ja so, wir dürfen ja nicht über irgendwelche Krankheitssymptome reden und sagen, dort und dort und dort wirkt es. Was wir aber dürfen, ist Folgendes. Die European Food Safety Authority, also das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, hat es gestattet, dass wir zu diesem Thema, über das wir jetzt reden, 18 gesundheitsbezogene Aussagen tatsächlich tätigen dürfen. Das heißt, wir brauchen Omega 3 für eine normale Hirnfunktion. Also damit das Hirn richtig funktioniert und das Hirn besteht halt aus einer großen Menge aus Fett, ist Omega 3 ein ganz wesentliches Thema. Wir brauchen es für die normale Herzfunktion, dazu gehört auch die Blutdruckregulation und wir brauchen es auch für eine normale Immunfunktion. Hier sehen wir das Ganze so ein bisschen genauer aufgelistet. Hirn, Herz, Immunfunktion, das hat dann auch viel mit den Nerven entsprechend zu tun, was den Stress zum Beispiel betrifft, aber es geht dann auch um das Thema der Sehkraft. Also Sehkraft hast du einerseits im Erwachsenenalter, aber auch in der Entwicklung beim Fötus. Also in dem Augenblick, wo sie Auge und auch im Weiterfolg übrigens Gehirn entsprechend entwickeln, braucht der Fötus unglaubliche Mengen an Fettsäuren, damit er das alles entsprechend aufbauen kann und dazu gehört auch das Thema Omega 3. Wir brauchen es für die Zähne, wir brauchen es für die Muskelfunktion. Man weiß also heute, dass bei Sportlern es so ist, wenn die mit Omega 3 gut substituieren, dass die schnellere Regenerationszeiten haben und auch bessere Regenerationen haben und das ist ja der Moment, wo sie Muskelmasse zum Beispiel aufbaut. Wir brauchen es für unsere Knochen. Das Interessante ist, obwohl wir Fette zu uns nehmen, schützen sie unsere Blutfette, reduzieren die Triglyceride, reduzieren auch den Cholesterinspiegel. Das heißt, das hat eine super Auswirkung in dem Bereich. Wir brauchen es für die Zellteilung, damit die Zellen entsprechend geschützt sind vor sogenannten oxidativen Stress, für die verbesserte Aufnahme oder die normale Aufnahme von Kalzium, Phosphor etc. Also überall da ist Omega 3 wesentlich. Also es gibt wirklich so einige Faktoren, wo wir Omega 3 zwingend benötigen und das dürfen wir aussprechen. Also ich habe es da noch ein bisschen rausgelistet. Sehkraft und Immunsystem und im fetalen Bereich die Entwicklung oder die Knochenstruktur oder oder oder. Also es ist wirklich so, dass das ein ganz zentrales Thema ist. Ein zweiter Bereich, der ebenfalls zu Problemen unserer Zeit gehört, ist das Thema Ballaststoffe. Ich mag ja das Wort nicht sehr gern, weil das klingt so ein bisschen negativ. Worum geht es da eigentlich? Es geht um Substanzen, die zwar wir als Mensch nicht wirklich verdauen können, die aber das Futter für unsere Darmbakterien darstellen, also für unser Mikrobion. Und der Darm ist halt einmal ein ganz essentielles Thema, denn unser Darm besteht aus einer enormen Anzahl an Nervenzellen. Die Anzahl der Nervenzellen sind ungefähr so groß wie das Gehirn von einem ausgewachsenen Labrador. Also da ist wirklich viel los. Deswegen dieser Begriff Bauchhirn hat durchaus seine entsprechende Berechtigung. Und über den Darm selbst passiert natürlich die gesamte Aufnahme und auch Entsorgung von allen unseren Substanzen, die wir täglich zu uns nehmen. Damit also dieser Transport entsprechend funktioniert, also zuerst einmal die Resorption aus der Ernährung und der Transport funktioniert, ist die Voraussetzung, dass die Darmflora entsprechend gut beieinander ist oder die Darmschleimhaut und damit der Darm in seiner eigenen Funktion. Die große Schwierigkeit, die wir heute haben, ist die, dass wir dank unserer modernen Ernährung die Ballaststoffe in den letzten 50 Jahren um 90 Prozent reduziert haben. Dr. Paul Clayton ist ein Wissenschaftler, der sich mit der Ernährung ganz intensiv auseinandergesetzt hat. Und der hat das eben aufgezeigt, was da in diesen letzten Jahren alles so entwickelt hat und für uns einfach nicht mehr optimal läuft. Denn Tatsache ist, wenn die Darmbakterien gut genährt sind, dann bilden sie ein Milieu, das einfach wirklich gesund erhält. Und das macht es auch viel leichter, dann verschiedene Sachen im Darm wie Bakterien, Pilze etc. abzuwehren. Wir müssen wissen, wir haben einen Haufen Darmbakterien im Darm. Also Anzahl der Körperzellen im Körper liegen je nach Aussagen zwischen 50 oder 70 Billionen Zellen, manche sagen vielleicht sogar 100. Bei den Darmbakterien geht man davon aus, dass es zumindest um die 100 Billionen Bakterien sind, die da unten vorhanden sind. Das heißt, wir haben mindestens so viele Darmbakterien wie Körperzellen und die wohl ebenfalls entsprechend vernünftig ernährt werden. Und was ganz spannend ist, dass jeder Abschnitt im Darm unterschiedliche Bedürfnisse hat. Was wir hier da rausgenommen haben, ist der Dickdarm. Der Dickdarm spielt eben deshalb so eine große Rolle, weil dort dieses Ballaststoffthema am meisten wichtig ist. Die meisten Erkrankungen, wenn wir heute den Darm anschauen, passieren nämlich tatsächlich im Dickdarm. Naja klar, dort entstehen ja die ganzen Endprodukte, die schlussendlich ausgeschieden werden. Und jeder dieser Darmabschnitte liebt unterschiedliche Ballaststoffe. Also wir haben im aufsteigenden Dickdarm, das was da als FOS bezeichnet wird, die Fructo-Oligosaccharide, im querverlaufenden Dickdarm. Die haben ganz gern Inulin. Die im absteigenden Dickdarm wollen ganz gern Beta-Glucane und die im Enddarm, damit das auch gut eingedickt werden kann, dann schlussendlich die resistente Stärke. Und die Schwierigkeit, die wir heute haben, ist, dass wir diese Dinge zum Teil überhaupt nicht mehr zu uns führen, weil sie zum Teil auch nicht mehr enthalten ist. Also Beta-Glucane zum Beispiel, diese Faserstoffe, entstehen entweder durch oder entwickeln sie durch bestimmte Getreidearten. Und wenn wir das nicht in ausreichender Form haben, dann haben wir echt ein Problem. Und ob man ein Darm-Dexert braucht? Naja, ein ganz simpler Test ist der sogenannte Klopapier-Test. Also wenn der Stuhlgang optimal ist, ist es so, man setzt sie hin, die Ausscheidung passiert relativ schnell, ohne großartige Anstrengung. Im Idealfall braucht man nicht einmal ein Klopapier. Dann ist alles optimal. Umso mehr Klopapier wir brauchen, umso mehr ist dieser Hinweis, dass etwas im Darm nicht passt. Die Industrie war ganz schlau, die hat uns dann das feuchte Klopapier entsprechend entwickelt. Und damit geht es dann ein bisschen besser. Aber in Wirklichkeit ist das nicht die Lösung. Denn in Natur hat kein Lebewesen Klopapier. Überall ist so, Codeabsatz funktioniert. Und das war es zum Großen und Ganzen. Ja, genau so sollte es bei uns ausschauen. Was wir weiter wissen muss, ist, es gibt den Begriff der Darm-Hirnachse. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, in unserem Darm sitzt eine enorme Menge an Nervenzellen. Dem Darm assoziiert sind 70, 80 Prozent des Immunsystems. Und wir haben wirklich eine direkte Verbindung zwischen den beiden. Man weiß heute, dass fehlerhafte Darmbesiedelung, wenn das Mikrobiom nicht passt, kann das Probleme bis hin zu einer Depression zum Beispiel verursachen. Umgekehrt gibt es natürlich auch die Verbindung Gehirn zum Darm. Also wenn ihr heute einen großen Stress habt, zum Beispiel vor einer Schularbeit, dass ich plötzlich nur schnell aufs Klo muss oder so, das kann von der Ebene her aus angesteuert werden. Und ja, es gibt eine direkte Nervenverbindung zwischen Gehirn und Darm. Es gibt viele, viele Botenstoffe, die da ausgetauscht werden. Ich glaube, da ist die Forschung einfach gerade erst dabei, immer mehr zu entdecken. Aber das darf man nicht außer Acht lassen. Daher, wenn ich jemanden in der Praxis habe, wo ich weiß, es geht um eine bestimmte psychische Belastung, eine Stressbelastung, dann werde ich den Darm immer mit berücksichtigen, weil es eine der Ursachen sein kann. So, und das dritte Thema, das ich dann ansprechen möchte, ist das Thema des Nährstoffmangels. Naja, werden wir schon wissen, Nährstoffe sollten in die Zelle reingehen, damit die entsprechend ausreichend versorgt wird, damit sie Energiebereitstellung machen kann, etc. und die Abfallstoffe rausgeben. Wenn man aber heute so mal schaut, was es so zum Kaufen gibt, dann ist es so, dass wir heute Lebensmittel am Markt haben. Die hat es vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben. Und es ist ganz einfach so, dass sich unser System nicht innerhalb von 100 Jahren da komplett anpasst, sondern wir haben einen Haufen Probleme. Und viele Probleme, die es heute gibt, die hat es vor rund 100 Jahren noch nicht gegeben. Insbesondere diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, die haben wir früher in Wirklichkeit nicht gekannt. Und das hat viel mit der Ernährung zu tun. Weiter ist es ja so, dass durch die moderne Landwirtschaft es leider so ist, dass auch die Betriebsmittel innerhalb der Pflanzen, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, sie innerhalb der letzten 50 Jahren entsprechend reduziert haben. Und was man auch wissen muss, wir essen natürlich heute weniger als früher. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Werte da ein. Ihr seht das eh, das kann sich jeder anschauen. Man kann das ein bisschen weiter dann ausführen, das Ganze. Es geht nur darum, dass man eine Idee hat. Wie gesagt, was wir gleichzeitig machen, wir essen früher. Früher, wenn man richtig gut gearbeitet hat, weil man halt am Feld war, weil man im Wald war, was auch immer, dann hat man am Tag oft bis zu 4000 Kalorien zu sich genommen. Und viel essen bedeutet aber auch, dass wir viel von diesen Spurenelementen, Vitamine und so weiter zu uns nehmen. Heiter ist es so, dass wir eine primär sitzende Tätigkeit haben. Das heißt, wir essen dadurch hoffentlich von Haus aus weniger. Jetzt führen wir also schon weniger von diesen Betriebsmitteln zu. Und zusätzlich sind die nunmehr ausgelaugt. Das heißt, es fällt nur weiter. Und das geht irgendwann dem Körper dann einfach ab. Und ein Teil dessen, was da draufsteht, muss einfach von außen zugeführt werden. Das können wir nicht selber substituieren. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was wir da jetzt machen können. Also, wenn wir da überall durchgehend eine Mangelversorgung haben und nur mehr ernährt, sind wir heute gut. Also zumindest sind wir gut angefüllt mit Kalorien. Aber betriebsmittelmäßig schaut es im Körper leider meistens schlechter aus. Und jetzt sage ich jetzt eben den Ansatz, mit dem ich jetzt hier am Arbeiten bin. Das nennt sie von der Firma Zinzino das Balance-Konzept. Und das Ganze ist ein testbasiertes Zellenjahres-Konzept. Dieses Testbasierte ist deshalb spannend, weil man damit über Bluttests sehr einfache Aussagen treffen könne. Und das sage ich jetzt dann gleich. Das heißt, die Firma hat ein Konzept entwickelt, das diese Teilbereiche, die wir hier sehen, alle entsprechend abdecken kann. Und meine Erfahrungen sind echt außergewöhnlich, zum Teil außergewöhnlich. Es sind keine Wundermittel. Wir dürfen nicht vergessen, wir füllen nur essentielle Substanzen zu. Aber das kann eine ganze Menge bewirken. Fangen wir mal an mit dem Omega-3-Support und dann schauen wir weiter. Zuerst einmal ist es so, es gibt einen Test, einen sogenannten Trockenblut-Test. Den kann man zu Hause durchführen oder ich mache den bei mir in der Praxis mit meinen Klienten. Da werden einfach elf Fettsäuren im Blut getestet. Das heißt, man macht das, wie man es so vom Arzt kennt, so ein Klick in den Finger. Dann braucht man zwei Tropfen Blut. Man schickt das an ein Labor. Das sitzt in Norwegen oben und die werten das aus. Und diese Fettsäuren sind 98% aller Fettsäuren, die wir im Körper entsprechend drinnen haben. Und da können wir schon eine Aussage treffen. Die Auswertung selbst macht nicht die Firma Zinzino, sondern das ist ein unabhängiges Labor, die Vitas. Das ist ein international anerkanntes Labor, die immer wieder neue Testverfahren entwickeln. Also es gibt jetzt nicht nur Omega-6, Omega-3-Test, sondern wir haben Vitamin D, wir haben Langzeitblut-Zucker-Test, die wir alle auf einer ähnlichen Basis durchführen können. Was wir jetzt so wissen wollen? Jetzt können wir sagen, ja, das ist ja super. Jetzt machen wir einen Test. Jetzt wissen wir, Omega-3 fehlt. Jetzt fangen wir an, das entsprechend zuzufügen. Und da möchte ich gleich ein bisschen was mitgeben. Die große Problematik ist die, Omega-3 selbst kriegen wir primär durch den Fisch. Wobei der Fisch Omega-3 nicht produziert, sondern der Fisch selbst wiederum kriegt das Omega-3 deshalb, weil er bestimmte Algen frisst. Und die Algen sind eigentlich die, die das Omega-3 erzeugen. Nun ist es so, dass wir meistens keine großen Algenesser sind, wobei es gibt Regionen dieser Welt, wo man das sehr wohl macht. Und daher gibt es ja auch Regionen, wie z.B. Okinawa, die haben da überhaupt keinen Bedarf in die Richtung. Ja, weil die haben einfach eine gute, ausreichende Versorgung mit allem dem, was man braucht. Sardinien ist z.B. ebenfalls einer dieser sogenannten Blue Songs. Das heißt, die Ernährung, die dort so am Laufen ist, unterstützt das, dass der Körper alles das kriegt, was er wirklich braucht. Jetzt gibt es ganz viele Anbieter am Ort, die heute Omega-3-Präparate anbieten. Die Schwierigkeit ist die, wenn das falsch stabilisiert wird, dann ist es so, dass das Ganze relativ schnell anfängt zu oxidieren, also ranzig zu werden. Wenn also jemand ein Omega-3-Präparat nimmt und das riecht irgendwie fischig oder man hat dann auch ein fischiges Aufstoßen, dann kann ich nur sagen, Finger weg davon, weil das heißt nichts anderes als er oxidiert schon am Weg in den Magen. Und damit ist das für den Körper einfach nur etwas, was er wieder entsorgen muss. Und das ist die große Schwierigkeit, die wir heute haben, dass sehr häufig einfach nur mit Vitamin E z.B. stabilisiert wird. Und damit kann es sein, dass das Produkt einfach nicht so lange stabil bleibt, bis es schlussendlich in der Zelle eingebaut ist. Also man sieht es ein bisschen rausgenommen. Und es gibt halt nur wenige Firmen, die wissen, wie man es wirklich macht. Die stabilisieren das Gesamte mit sogenannten extranativen Olivenöl. Das sind Oliven, die in dem Fall sehr früh geerntet werden. Warum? Weil dann ist eine hohe Anzahl Polyphenole drin und Polyphenole sind wieder etwas Entzündungshemmendes. Also darauf sollte man echt achten. Man hat einmal einen Langzeittest gemacht und hat einmal geschaut, wie lange bleibt jetzt das Öl, wenn man es dann rausnimmt, tatsächlich stabil und hat einfach noch 35 Stunden die Messung abbrochen, weil man dann gesagt hat, ja, bis dorthin ist es schon mehrfach in die Zelle eingebaut. Das braucht es also nicht länger. Und das ist wirklich wichtig, darauf zu achten. Daher, wenn jemand einmal irgendwelche Kapseln oder so hat, alles okay, aber schneid es einmal auf und riecht es einmal, ob es nicht von Haus aus schon Fische kriegt, dann könntest du es sofort entsorgen. Und nur einmal, wenn du ein fischiges Aufstoßen hast, ist es genau das Gleiche. Dann bitte sofort entsorgen. Das ist nichts anderes wie ein Riesenpalast, wenn ich in den Körper reinschüttet. Kein Mensch kommt auf die Idee und trinkt ein ranziges Olivenöl. Aber beim Fischöl macht man es, weil es ja nicht auffällt, speziell wenn es in der Kapsel ist. Was wir ebenfalls sehr berücksichtigen, ist bei der Einnahme vom Omega-3 das Körpergewicht. Das heißt, es gibt so eine Dosierungsanleitung. Man sagt also, bei Kindern bis circa zwölf Jahre, die brauchen ein bisschen mehr Omega-3. Die Werte, die da draufsteigen, stimmen gar nicht mehr. Bei Kindern bis zwölf Jahre sind es 0,15 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, sondern es sind jetzt 0,2 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Da ist man erst am forschen. Das heißt, der 20-Kilo-Kind sollte in dem Fall 4 Milliliter nehmen. Bei Erwachsenen stimmen dann die Werte. Das heißt, der 80-Kilo-Mensch ist die Erhaltungsdosis. Bei 12 Milliliter 100-Kilo-Mensch braucht er dementsprechend mehr, also 15 Milliliter, damit er die Erhaltungsdosis hat. Der nächste Teil sind die Ballaststoffe. Und da gibt es eben dieses Zinobiotik. Und dieses Zinobiotik beinhaltet eben die acht essentiellen Ballaststoffe. Das ist damit in der Formulierung etwas Einzigartiges am Markt. Und auch hier gibt es wieder gesundheitsbezogene Aussagen, die wir treffen können. Also, es ist eine Ballaststoffmischung, die hilft uns, dass zum Beispiel der Blutzuckerspiegel nach dem Essen langsamer ansteigt. Es hilft, dass der Cholesterinspiegel ausgeglichen ist, dass die Darmfunktion gegeben ist, dass das Mikrobiom ausgeglichen ist. Und das wirkt stabilisierend auf viele Systeme im Körper. Wir haben es ja vorher gehört, Darm, Hirnschranke, Allergien etc. Und weil uns das abgeht, können wir das in dieser Form ganz einfach zu uns führen. Denn hier sind wirklich alle diese Bestandteile drinnen, die einmal der Dickdarm braucht für eine einwandfreie Funktion. Was oft auffällt, wenn Menschen anfangen, das Zinobiotik zu nehmen, dass es am Anfang einmal Blähungen so gibt, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich nichts anderes, wie es verändert sich gerade das Darmmilieu zum Positiven. Und weil da ein Haufen Holzzeug rausgeschwissen werden muss oder auch pathogene Keime entsorgt werden müssen, führt das am Anfang einmal zu Blähungen. Das legt sich aber. Und dann wird das Ganze langsam im Laufe der Zeit stabil. Was man immer wissen muss, wenn man heute anfängt, einen Darm zu sanieren, das geht nicht innerhalb von zwei, drei Wochen. Wir reden in der Regel von einem halben Jahr oder noch länger, wo man einfach einmal den Darm gut unterstützen muss, damit er wirklich in seiner Funktion stabil wird. Also von heute auf morgen geht es nicht, aber es ist machbar. Der letzte Teil, wie ich schon vorher angesprochen habe, die Nährstoffversorgung. Ja, die Firma Zincino hat ein Produkt entwickelt, Extend heißt das. Das hat von den Inhaltsstoffen zumindest das, weil sie neun Kilo Obst und Gemüse enthalten sind. Und was ganz wesentlich ist, es sind sogenannte Beta-Glucane zugesetzt. Und Beta-Glucane sind deshalb interessant, weil sie unser Immunsystem stimulieren. Das heißt, Beta-Glucane finden wir zum Beispiel, wenn ihr draußen einen Apfelbaum habt und der Apfel fällt runter und ihr klappt es dann auf und ihr esst es dann, habt es eine Besiedelung von Hefepilzen drauf und die produzieren diese Beta-Glucane und die stimulieren unter anderem die Immunabwehr. Und das ist tatsächlich was, was uns auch immer mehr abgeht, was uns auch hilft, dass wir einfach gesundheitlich stabiler sind, dass wir weniger leicht erkranken. Und das haben wir unter anderem da drin angegangen. Das gibt es als eigenständiges Produkt, wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Das heißt, wenn heute eine Krankheitssituation im Anflug ist, wie grippaler Infekt oder so, dann einfach mal hochdosiert mit die Beta-Glucane, dann kriegt der Körper das relativ schnell wieder in den Griff. So, und die Einnahme selber, naja, das ist eine relativ simple Sache. Das ist das Zinobiotik, das Pulver, dann schüttet man Öl dazu, dann kann man zum Beispiel irgendeinen Soft dazu schütten, das machen bei Kindern sehr oft, so einen Orangensaft, dann hat man so einen netten kleinen Shot, einfach kurz umgerührt und das trinkt man. Und damit ist das Ganze bereits, ja, in einer wirksamen Form vorhanden. Es gibt nur eins obendrauf, das ist ein bisschen außerhalb des Konzepts, aber für meine Arbeit extrem wichtig. Produkt, das heißt Viva und eine liebe Freundin von mir hat das als die Buddha-Pille bezeichnet. Und der Begriff passt ganz gut, denn es geht um Ruhe und Ausgeglichenheit, es geht um einen guten Schlaf. Es geht darum, wenn man überdrehtes System hat, dass man einfach anbekommt und das kann diese Pille. Was ist da drinnen? Der wesentliche Bestandteil da drinnen ist ein hochkonzentrierter Safran-Extrakt und der hat einfach einige Wirkungen im Körper. Hilft also beim Schlafen, fördert eine positive Stimmung und ist wirklich angstlösend. Das funktioniert tatsächlich ganz gut und hilft eben auch, entsprechend aus dem Stress rauszukommen. Kriegen bei mir ganz viele Kinder und Jugendliche, zum Beispiel, wenn es um Schularbeitsangst oder so geht, dann einfach vor der Schularbeit ein, zwei, so ein Blätterl nehmen und innerhalb von 20 Minuten tritt die Wirkung ein. Oder jemand, der heute im Burnout drinnen steckt, der kriegt das in einer relativ hohen Dosierung, einfach damit sein System einmal ein bisschen runterkommt und wieder zur Ruhe kommt. Man muss nämlich wissen, wir haben einen Teil in unserem Gehirn, das ist der sogenannte Hypothalamus und der heißt Wächter für Ruhe und Ordnung. Das heißt, der sorgt dafür, dass wir uns wieder in die Ruhe begeben können, wenn es den entsprechend zulässt und ansteuert. Und das, was da drinnen ist, nämlich dieser Safran-Extrakt, wirkt genau auf diesen Hypothalamus als Adaptogen. Adaptogen heißt nichts anderes, als wenn das System überdreht ist, hilft es es runterzufahren, wenn es einfach zu wenig an Energie hat, hilft es, das Ganze nach oben zu regeln. Und dieser Hypothalamus, der ist natürlich für uns was ganz überlebensnotwendiges, insbesondere früher gewesen, zum Beispiel dann, wenn der Säbelzahntiger kommt, naja, dann wäre es vielleicht ganz eine gute Idee, dass wir irgendwelche Mechanismen aktivieren. Und was der Mensch machen kann, ist flüchten, kämpfen oder totstellen. Das können wir meistens nicht mehr bewusst beeinflussen, weil da schreibt man einfach in einen anderen Gehirnteil um, der diese Kontrolle übernimmt. Und Flucht oder auch die anderen Mechanismen, die brauchen enorme Substanzen. Das heißt, wir wissen Stresshormone fahren los, etc. Ich brauche jetzt Energie, damit ich zum Beispiel richtig davonlaufen kann. Okay. Und diese Hypothalamus steuert das gesamte restliche System an. Also Hypophyse, Schilddrüse, Nebendieren. Das heißt, der Herzschlag geht auf, die Atemfrequenz geht auf, das Stresshormon steigt. Alles, was uns glücklich oder müde macht, wird in dem Fall reduziert, macht Sinn. Ist nicht sehr sinnvoll, während des Davonlaufens einzuschlafen. Das Immunsystem auch wird in der Zeit reduziert. Also alles, das bewirkt es. Und da können wir jetzt entsprechend was tun. Übrigens ist das nicht nur der Säbelzahntiger. Das kann natürlich, keine Ahnung, die Schwiegermutter sein, die schimpfende Frau zu Hause. Umgehört natürlich auch der schimpfende Mann zu Hause. Oder der Chef, der immer wieder dasteht. Oder natürlich auch Dinge wie irgendwelche viralen Belastungen und natürlich auch die Maßnahmen, die damit verbunden waren. Denn das ganze Social Distancing etc. hat natürlich enormen Stress gemacht. Oder wenn man in die Medien reingeschaut ist und jeden Tag nur mit Angst gefüttert wurde, das hat enormen Stress verursacht. Und dann haben wir Schwierigkeiten, dann kommen wir oft ganz schwer aus dieser Kaskade wieder raus. Und genau da wirkt jetzt dieses Viva, weil es hilft, dass der Hypothalamus ganz einfach wieder in die Ruhe gehen kann. Damit kann er die gesamte Gegenregulation einleiten. Und wir merken, dass wir einfach wieder entsprechend entspannter werden. Aber in der Regel ohne, dass es müde macht. Außer, wir sind komplett überdreht. Dann kann es sein, dass es auch müde macht, weil der Körper dann zwingend Schlaf benötigt. Geht das entsprechend dazu ergänzt. Deswegen auch dieses Symbol der Buddha, weil es wirklich in die Ruhe kommt, das Ganze. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben heute zusätzliche Stress-Booster, die vorhanden sind. Zum Beispiel die gesamte WLAN-Strahlung oder unsere Hände, das vielleicht nur eingeschaut neben dem Bett liegt. Dazu gehört unter anderem auch alles, was mit blauem Licht zu tun hat. Das heißt, die Eigenschaft oder die Eigenart, die wir heute haben, das Handy auch nur in der Hand zu halten. Bis zum letzten Moment, wo wir einschlafen, bin ich permanent mit diesem blauen Licht entsprechend konfrontiert. Und das macht Stress im Körper. Und wenn man also wirklich schon viel Stress hat, dann sollte man schauen, dass es mit dementsprechend entzieht. Also WLAN während der Nacht ausschalten, das Handy während der Nacht ausschalten, insbesondere die letzten 1-2 Stunden vom Schlafen genimmende Hand nehmen. Überhaupt vielleicht besser Buch lesen oder irgendwas Entspannendes machen, damit wir einfach da wieder ein bisschen runterkommen können. So, und jetzt zeige ich euch ein paar Sachen, nämlich wie das so ausschaut, wenn wir heute Tests anschauen im Fettsäurenbereich. Damit wir es nochmal zusammengefasst haben, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist Omega 6 zu Omega 3 in einem Verhältnis von 3 zu 1 oder besser. Es sollten zumindest um die 10% Omega 3 Fettsäuren im Körper vorhanden sein. Und es gibt noch ein Parameter, die Zellmembranfluidität. Das erklärt mir, wie durchlässig die Zelle ist. Da sollte man ein Verhältnis von 4 zu 1 sein, Omega 6 zu Omega 3. Dann haben wir schon mal eine gute Schutzfunktion in unserem Organismus. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie aber Testergebnisse ausschauen können. Hier haben wir eine 30-jährige Frau, die hat unter Panikattacken, Ängsten und Schlafstörungen gelitten. Und beim ersten Test hat man gesehen, Omega 6-3-Balance ist 23 zu 1. Nur mein Ziel sollte 3 zu 1 sein. Der Index links unten ist bei 1,7%. Na, wir sollten zwischen 8 und 12% liegen. Und die Zellmembranfluidität, also die Durchlässigkeit der Zellmembran, sollte liegen bei 4 zu 1 und die ist fast 25 zu 1 an dieser Stelle. So, wenn man so einen Test hat, dann wird man anfangen, das Ganze entsprechend zu substituieren. Und bei ihr war es so, nach einem halben Jahr sieht man, halbe Jahr Einnahme von Omega 3 und in dem Fall auch das Darmpräparat dazu. Und wir haben in dem Fall Optimum erreicht. Und plötzlich lassen auch diese ganzen Symptome nach. Also es reduziert die Panikattacken, die Ängste, der Schlaf wird plötzlich besser, weil man ausbalanciert ist. Also wir sehen es hier nochmal vom Datum 25.06.2018 zu 14.12.2018, also innerhalb von einem halben Jahr, wenn die Dosierung entsprechend passt. Vielleicht noch ein zweiter Test, damit man auch sieht, in dem Fall eine 20-jährige Frau, der Grund, warum ich es hingeschrieben habe, eben Veganerin, das habe ich deshalb dazu geschrieben, leider unter Depressionen, damit man auch sieht, eine vegane Ernährung schützt nicht vor entsprechenden Dysbalance. Man muss wirklich wissen, was man hier tut. Und man sieht es an der Stelle ganz dramatisch mit einem Omega-6-3-Balance von 43,5 zu 1. Der Index ebenfalls hier bei 1,7 Prozent, also wirklich minimal. Und die Zellmembran-Fluidität bei 22,7 zu 1. Also die Ernährung ist schon ein wichtiger Faktor, keine Frage. Aber man muss auch wissen, was ist dann oder wie man sich wirklich ernährt. Oder hier haben wir nochmal ein anderes Thema. Eine junge Mutter, die hat 31 Jahre, zwei Kinder gekriegt. Nur um zu sagen, auch da schaut es entsprechend schlecht aus. Warum? Weil der Fötus während der Entwicklung enorme Mengen an Betriebsmitteln braucht. Dazu gehören natürlich jetzt nicht nur die Fettsäuren, aber die insbesondere. Man hat herausgefunden, dass es eigene Botenstoffe gibt, mit der der Fötus von der Mutter diese Sachen anfordern kann. Und dementsprechend ist es so, nach einer Schwangerschaft, dass man da wirklich Betriebsmittelmangel hat. Es gab ja früher diesen Spruch, jedes Kind oder jedes Baby ein Zahn. Naja, das hat schon eine bestimmte Richtigkeit, weil der Organismus da wirklich ganz viel bereitstehen muss, damit dieses Baby erfolgreich heranwachsen kann. Und das ist heute echt ein großes Thema. Da möchte ich kurz vielleicht ein Vorberichten. Es gibt in Deutschland draußen eine Kinderwunschklinik, sprich also künstliche Befruchtung. Und die haben ein Konzept entwickelt, der gesagt hat, okay, bevor wir in die künstliche Befruchtung einmünden, fangen wir zuerst einmal an, die Mutter ausreichend mit Betriebsmitteln zu versorgen. Und dazu gehören insbesondere hohe Mengen von Omega-3. Und was man dann dadurch gesehen hat, ist, dass viele Mütter plötzlich von selber schwanger werden, man muss gar nichts machen. Und bei jenen, wo man dann die künstliche Befruchtung einleitet, dass die wesentlich bessere Möglichkeit haben, das Kind auch zu behalten und auszutragen, weil die Substanzen da sind, damit das alles funktionieren kann. Und ich möchte euch da nur einen Test sagen, nur dass man nicht glaubt, ja, bei den Babys schaut das alles gut aus. Wir haben hier zwei Tests nebeneinander. Das eine ist die Mutter. Und das andere auf der rechten Seite ist ihr Sohn. Und es gibt ja, also in Deutschland draußen heißt das U2, das ist eine Untersuchung, die macht man 48 Stunden, nachdem das Baby auf der Welt gekommen ist. Da wird einmal Blut abgenommen. Und in dem Fall ist man gleich hergegangen und hat einmal diesen Test hier durchgeführt und hat festgestellt, oh, 125,5 zu 1. Das heißt, da ist es wirklich so, dass es eine enorme Dysbalance gibt, und man wirklich schauen muss oder der Körper wirklich schauen muss, wie komme ich denn jetzt zu schmeißen, weil einfach insgesamt zu wenig an Omega-3 schon von der Mutter her zur Verfügung steht oder gestanden ist. So, diese Testergebnisse kann man da noch ein bisschen detaillierter anschauen. Man sieht also die einzelnen Fettsäuren ebenfalls entsprechend ausgewertet. Ich möchte jetzt da nicht in diese Details gehen, nur eins kann man wissen, also es gibt ja immer zwei Werte, die so ganz herausgestrichen werden. Das eine ist EPA und das andere ist DHA. Das DHA brauchen wir, damit Zellen, insbesondere auch Gehirnzellen, aufgebaut werden können. Das EPA brauchen wir, damit die dann auch in Kontakt treten können. Und beide sind auch verantwortlich für die Schlagkraft des Immunsystems. Und was man da zum Beispiel sieht, so ein Mangel von über 90 Prozent im EPA-Bereich, naja, da wird es dann schon ein bisschen schwierig für den Organismus, gut und ausreichend zu funktionieren. Und ich möchte euch noch eins dazu zeigen, weil man sagt halt immer, ja, Omega-3 ist gleich Leinöl. Ja, im Leinöl ist eine Fettsäure drinnen, nämlich die sogenannte Alpha-Linolensäure. Und diese Alpha-Linolensäure kann zu 0,5 bis 5 Prozent umgebaut in andere Fettsäuren. Und ich zeige euch dieses Beispiel deshalb, weil hier habe ich ebenfalls einen Test von einer jungen Frau, 33 Jahre alt, die ernährt sich makrobiotisch. Das heißt, in dem Fall achtet man wirklich auch sehr genau auf das, was man isst und auch wie es zubereitet wird. Man sieht, im Omega-6-Bereich hat die ziemlich gute Werte. Im Omega-3-Bereich ist hochspannend. Die hat hier ein Plus von 130 Prozent in der Alpha-Linolensäure und trotzdem ein Mangel im Bereich EPA und DH. Warum? Wie ich ja gesagt habe, man kann leider die Alpha-Linolensäure zu so einem sehr kleinen Prozentsatz umwandeln in die anderen Fettsäuren. Das heißt, die müssen wirklich zugeführt werden, damit das ganze Spiel funktionieren kann. So, und jetzt, wie geht man da am besten vor? Und wie funktioniert das Ganze? Normalerweise ist es so, man macht am Anfang einen Test. Wie gesagt, das sind diese zwei Tropfen Blut. Das schickt man dann ins Labor. Kriegt man innerhalb von circa 14 Tagen das Ergebnis. Und dann baut man den Körper auf. Je nachdem, wie die Ergebnisse sind, legen wir dann auch die Dosierung fest. Einerseits über das Körpergewicht. Und es kann aber sein, dass man mal dosierungsmäßig wirklich hochgehen muss, damit man schnell einen Erfolg kriegt. Und den zweiten Test oder einen zweiten Test machen wir dann nach circa vier Monaten oder frühestens nach vier Monaten. Warum? Weil innerhalb von vier Monaten kommt man meistens dann langsam in die Balance. Und dann erhäutet man das Ganze. Es ist ja so, manche Zellen regenerieren sich ja sehr schnell. Wie zum Beispiel, also getestet werden ja hier die Zellmembran der roten Blutkörperchen. und rote Blutkörperchen haben wir über Lebensdauer von circa vier Monaten, also 120 Tagen. Und das heißt natürlich auch, wenn wir den Test machen, ist es keine Momentaufnahme dessen, was wir gestern gegessen haben, sondern wir kriegen so einen Durchschnitt über die letzten vier Monate. Daher machen wir den zweiten Test erst frühestens nach vier Monaten, weil bis dorthin sind alle diese Blutplättchen ausgetauscht. Manche Zellen brauchen aber auch Jahre, bevor sie austauscht werden. Und daher macht es dann Sinn, das Ganze wirklich weiterhin auch zuzuführen. So, jetzt kurz zu den Preisen. Der Regulärpreis von Test würde bei 169 liegen und bei 169 Euro liegen beim Öl von 52 Euro. Das braucht man aber in dem Fall nicht zahlen, weil es gibt sogenannte Vorteilspreise oder Prämierangebote. Da komme ich dann mit dem Test runter auf circa 40 Euro. Das Balance Öl auf circa 36 Euro pro Flasche. Das Zinobiotik, das Darmpräparat auf circa 27 Euro, die sextente Nahrungsergänzung 27 Euro und Viva, wenn man es dann auch braucht und benötigt, 25 Euro. Und das Ganze ist folgendermaßen vorgesehen. Da diese Einnahme ja über einen längeren Zeitraum erfolgen muss, weil sonst macht es keinen Sinn. Also ich sage immer, wenn einer sagt, das mache ich einen Monat und dann höre ich auf, dann ist es besser, ihr nehmt das Geld, geht es gut essen, lasst euch es gut gehen, habt ihr mehr davon. Es macht also Sinn, das über einen längeren Zeitraum zu nehmen. Ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr ist so das, was ich normalerweise ansetzen würde. Und daher hat man das in der Form konzipiert, dass man das in Form eines Abos beziehen kann. Das heißt, ich kriege einmal am Anfang eine erste Lieferung. Diese erste Lieferung beinhaltet dann einen Test und insgesamt 800 Milliliter Öl, also zwei große, zwei kleine Flaschen. Und danach werden alle zwei Monate wird die nächste Lieferung mit dem Öl zugesandt oder wer es dann zusätzlich hat, das Zinobiotik oder das Extent oder das Viva. Von den Kosten her wird es so ausschauen, die Initiallieferung kostet 179 Euro plus 7 Euro Versand und dann zahlt man ganz einfach monatlich diese 36 Euro fürs Öl plus 3,50 Euro für den Versand. Das ist immer anteilig, weil man den Versand alle zwei Monate macht, um Versandkosten zu sparen. Und man hat in dem Fall dann das Ganze insgesamt einmal acht Monate am Laufen und kann das selbstverständlich dann jederzeit stornieren, aber vorher macht es keinen Sinn. Wenn jemand kein Abo möchte oder man hat gleich eine ganze Familie zu versorgen, dann kann man auch sagen, man lässt sich das sofort auf einmal liefern. Dort wäre es dann so, dass man zusätzlich Ölflaschen gratis dazukriegt in dieser Komplettlieferung. Das nennen sie dann prepaid. Und wer das gesamte Konzept nehmen möchte, aber sagt, naja, eigentlich brauche ich eh die Nahrungsergänzung, ich brauche das Darmpräparat, ich brauche das Öl, dort ist es so, dass man das Ganze erst einmal, also dass man das Ganze im gesamten Paket nimmt. Die Erstlieferung für zwei Monate 287 Euro und dann kommen eben die Teillieferungen, die monatlich dann 90 Euro kosten. Okay, also das ist einfach nur eine Übersicht, da kann man dann ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn da Fragen auftauchen, bitte bei mir ganz einfach entsprechen werden. Ja, diese Bilder habe ich von einer lieben Kollegin von mir übernommen, die hat gesagt, wenn irgendwas von dem Vortrag hinten bleibt, dann vielleicht das, wir sitzen alle derzeit wirklich auf einem großen Schiff, wo wir selbst relativ wenig Einflussnahme haben oder Glauben zu haben, wo die Reise hingeht. Und wenn man diese Testergebnisse von vorher sieht, also so ein Testergebnis, wo man so eine massive Dysbalance hat, aber man heute noch keine Krankheitssymptome hat, hat man eine gute Chance, in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu entwickeln. Das ist eben der Eisberg, auf den man zusteuert. Oder aber, wir übernehmen die Verantwortung für uns selbst und fangen an, einmal das zu tun, was wichtig ist. Also neben der Ernährung gehören natürlich noch andere Faktoren dazu, Bewegung, Psyche etc. Ich bin jetzt wirklich primär auf dieses Thema eingegangen, was kann man denn einmal von der Ebene her ganz einfach tun? Und wenn wir anfangen, das selbst entsprechend zu übernehmen, naja, dann schaut die Sache anders aus, weil dann haben wir die Möglichkeit zu steuern, wo die Reise tatsächlich hingehen soll. Das heißt, wir sind flexibler, wendiger und können natürlich auch damit viel leichter ausweichen, wenn einmal was auf uns zukommt. Also vielleicht können wir das einfach das Bild mitgeben, so zum Abschluss, wie das Ganze entsprechend ausschauen kann. Ja, wenn jetzt weitere Fragen auftauchen sollten, dann bitte einfach bei mir melden. Ihr habt da unten alle Daten entsprechend eingeblendet. Die E-Mail-Adresse wäre noch praxis.at fingerlos.at Aber das wird es bei mir oder findet es bei mir entsprechend auf der Website. Und sonst möchte ich mich für alle, die jetzt da waren, einmal ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es war interessant und wenn Fragen auftauchen, wie gesagt, ganz einfach melden. Dankeschön. Dankeschön.